Wir haben vorhin NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gesehen mit einem Ausblick auf die kommenden zwei Nationalratstage. Auch die SPÖ und die FPÖ werden darüber heute noch sprechen. Wir berichten dann natürlich live für Sie. Jetzt aber haben wir alle aktuellen Nachrichten für Sie zusammengefasst. US-Präsident Joe Biden trifft heute Mittag EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Bei dem Treffen stehen unter anderem der Klimaschutz, der Kampf gegen die Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung nach der Krise auf der Agenda. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, die Corona-Reiseregeln ab dem Sommer koordiniert und schrittweise zu lockern. Laut dem EU-Justizkommissar Didier Reinders soll es für vollständig Geimpfte und Genesene keine Reisebeschränkungen mehr geben. Auch in Regionen mit wenig Corona-Fällen soll das Reisen ohne Einschränkungen möglich sein. Ab heute entfällt an den Schulen die Maskenpflicht im Klassenzimmer. SchülerInnen und LehrerInnen müssen diese nur noch außerhalb der Klassen- und Gruppenräume tragen. Unter Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands sind auch das Turnen im Turnsaal sowie das Singen und Musizieren in Innenräumen wieder erlaubt. Gesundheits- und Bildungsminister begründen die Lockerungen mit den weiter sinkenden Infektionszahlen. Laut dem Global Corruption Barometer der Nichtregierungsorganisation Transparency International gibt es in Österreich mehr Korruption als im EU-Durchschnitt. 9% der Befragten haben angegeben, eine öffentliche Dienstleistung in Anspruch genommen und dafür Bestechungsgelder bezahlt zu haben. 40% hätten im vergangenen Jahr persönliche Kontakte genutzt, um eine öffentliche Dienstleistung zu erhalten. Bedauerlich sei auch, dass weniger als die Hälfte der befragten Personen davon überzeugt ist, dass die Korruption in Österreich verhindert oder verringert werden kann, so Transparency International Austria. Ja, das war's. Dude, wir sehen uns zum nächsten Mal.